Schläft er? Mit nem Eimer und nem Handtuch neben sich hoffen wir das Beste. Nice. Kommt das oft vor? Ich denke, er hatte Streit mit seinem Papa. Aber er wollte nicht drüber reden, also... Ja. Versteht er sich nicht gut mit seinen Eltern? Wer tut das schon? Sind deine etwa auch ätzend? Solange ich schön meine verrückten Pillen nehme, geht's. Äh, ich hab ne... bipolare Störung. Ach. Und... Ich... Ich leide an Stimmungsschwankungen. Das heißt, mal bin ich... völlig down und mal bin ich... aufgekratzt. Hm. Niemand fühlt sich immer genau gleich, oder? Bei mir ist es extrem. Und mit den Pillen... hast du keine Schwankungen mehr? Weniger. Bist du dann noch du selbst? Tut mir leid. Echt, es tut mir leid. Ich wollte nicht. Ich mein nur, ich... würde es schade finden, wenn ich... deswegen nicht... die ganze Luise kennenlernen würde. Weil... Das würde ich nämlich wirklich gern. Das würde ich nämlich wirklich gern.